Hallo Welt, da sind wir wieder, immer noch in Sugar Grove und ich glaube hier irgendwo müsste es noch einen Eingang oder eine Tür oder was geben, durch die wir da gehen können. Naja, die Tür könnte, also Exit, ist ja egal, das könnte ja auch bis zum Dach führen. Nö. So weit drin kann das ja alles nicht gewesen sein. Wir müssen aufs Dach irgendwie. Oh, hoppla. Oh. Ich bin noch wach. Ich habe nur kurz meine Augen ausgeruht. Moment. Wir müssen die Geschichte, die danach ist, ja auch noch machen gleich. Das ist alles wieder zurückgesetzt irgendwie, oder? Die Maulwurfsratte ist weg. Na, hier wird es nicht sein. Ich bin. Da kommt man aufs Dach. Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Aber ich meine, das Dach ist nicht richtig. Da. 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 die ob die der fahren kann uns aufhalten oder leicht daneben gesprungen aber wir hätten ja okay ja jetzt sind wir wieder hier diesmal ist aber gar keiner wir sollen hier reingehen sagt es das ist unter uns aber hier sind vielleicht ist ein loch irgendwo auf dieser etage analytiker terminal jetzt das wurde warum wurde das vorhin nicht angezeigt sogar grau abteilung sick and analysis analystin patricia nuns schug auf intra mail können wir schauen wenn es immer die gleichen sind nein etwas anderes 22 9 77 70 aw sie von holobländer bänder von west check c an abteilung betreffen sie von holobänder die holobänder von projekte von unterliegen strenger kontrolle und dürfen unter keinen umständen ohne meine direkte genehmigung an andere ausgegeben werden das projekt unterliegt höchster geheimhaltung und auch nur eines dieser bänder ist doppelt so viel wert wie das jahresbudget unseres gesamten unserer gesamten abteilung wenn sie eines von ihnen ausleihen ist wird dies vom system gespeichert und sie werden sich mir gegenüber verantworten müssen ach so ja richtig mit e geht es ja weiter 13 13 es fängt wieder von vorne an es gibt hier keinen speicher punkt scheinbar auch wüsste was machen wir das nochmal auf welcher stufe war der roboter war das gerade stufe 5 stufe 5 was ist denn jetzt los die waren noch gerade auf stufe 20 die waren noch nie auf stufe 5 hier ich kann nicht mehr zielen doch geht ja ich glaube ich krieg das alles nicht mehr so richtig auf dem schirm liebe welt da draußen ich werde wohl doch mal eine runde profen müssen die sind auch so niedrig das alles nicht mehr soЬ Hier, doch da doch. da war doch vorher keine tür zu als wir hier waren naja gut so lange wird es diesmal nicht dauern wir müssen uns ja nicht alle so angucken wir wissen ja wo es hingeht jetzt ah na 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 ja 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 Automatische Anrufbeantworter. Ne, wir sollen ja woanders hin. Oh nein. Oh nein. Oh Mann, wo zielt er denn hin, wenn ich da durchgucke? Dann guckt sie da an die Decke. Dann guckt sie da an die Decke. Dann guckt sie da an die Decke. Warum sind die Türen alle zu? Dann guckt sie da an die Decke. Wow. Oh nein. Warum rennen wir nicht? Irgendwie funktioniert das alles gar nicht hier richtig. Also auch mit den Tasten. Ich drücke hier drauf, dann rennt sie nicht, dann will ich hier durchgucken, dann geht das nicht und dann lasse ich los und sie guckt weiter hier durch. Irgendwie ist das hier. Irgendwie ist das hier total komisch alles. Irgendwie ist das hier.